Liebe Hagenerinnen und liebe Hagener, im Verlauf der Corona-Pandemie sind auch in unserer Stadt 271 Menschen an oder mit Corona verstorben. Das hinterlässt tiefe Spuren in den Familien, aber auch in der gesamten Stadt. Deshalb hat unser Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier für den kommenden Sonntag, für den 18. April, einen Gedenktag für die Opfer der Corona-Pandemie ausgerufen. Gemeinsam mit den katholischen und evangelischen Kirchengemeinschaften werden wir an die Opfer von Corona erinnern, mit unterschiedlichen Möglichkeiten des Gedenkens. Im Rathaus wird ein Kondolenzschreiben mit einem Blumengesteck und einer Kerze zur Erinnerung an die Opfer ausgelegt. Wir werden die Flaggen auf Halbmast hießen. Wir werden mit einer Traueranzeige an die Opfer erinnern und die Kirchengemeinden werden um 15 Uhr mit einem Trauer- und Gedenkgeläut erinnern. Es ist wichtig, dass wir als Stadtgesellschaft die Opfer von Corona nicht vergessen und es ist genauso wichtig, dass wir den Familien, den Hinterbliebenen in dieser Zeit beistehen. Deshalb beteiligen wir uns an diesem Gedenktag auch als Zeichen des Mitgefühls mit den Hinterbliebenen, mit den Familien der Opfer.